ich nehme es hier auch schon eine ganze weile auf ich nehme an so eine stunde oder so aber ist mir gerade egal ich nehme weiter auf so machen wir da auch noch mal ganz viele treppen hin so ich kann auch nicht mehr klicken habe ich zwei stacks treppen so viele brauche ich da definitiv nicht aber irgendwann werde ich noch mal treppen brauchen und dann denke ich mir gut dass du damals mehr gecraftet hast zack 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 da auch hier war ich noch gar nicht fertig da 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 und da und da und das und hier und so weiter und so fort und dann ist das auch fertig die etage hier noch und das läuft jetzt mittlerweile doch überraschend leckfrei warum hatte ich hier nicht weitergemacht sie mir da die treppen ausgegangen gewesen getuten taten täten teen so aber ich glaube ich werde mir gleich mal eine schöne bratwurst in der pfanne schmeißen das heißt eine aufnahmepause machen und dann nachher weitermachen oder wie auch immer oder demnächst weitermachen oder so oder gleich weitermachen da ist eine spinne die ist mir egal ja gucken wir mal wie das ganze von weitem aussieht hier sind zwei creeper löscher warum zwei habe ich eins nicht zugemacht ich bin der meinung da wäre nur an eine luft geflogen ja da ganz oben gefällt mir das noch nicht da da muss ich sowieso noch mal gucken das sieht von den abstufungen her doch ein bisschen sehr komisch aus warum sehen denn die abstufungen so komisch aus was passiert wenn ich hier immer die treppe auf der ecke weg nehme sieht es dann immer noch so komisch aus beziehungsweise ja mache ich das mal so und vor allem das weg da unten ist ein schwarzer schaf das ist mir aber gerade relativ flatte oh mein gott er hat gesagt gut dann springen wir hier kommt runter von den bisschen energie und er sieht noch bescheuerte aus wirst du was dann lasse ich das mit dem ab mit dem angeschränkten dach dann mache ich dann ein normales dach hin und gut ist ich weiß auch gar nicht wie ich das in meinem anderen bei meinem anderen haus gemacht habe ich bin der meinung geschützt genauso gemacht denn so weit nicht gehen wir noch mal hoch mittlerweile kennen wir den weg ja nicht runter springen so dann gucke ich mal hier mache ich das ganze so hat auch ein nebeneffekt dass der dachboden ein bisschen größer wird aber dann lasse ich mal hier an seite die treppen weg und gucke wie das dann aussieht das heißt aber hier aufmachen und das war es dann auch mit der mit der axt habe ich die nächste axt so ach ja ist ja spannend den ganzen mist bauen nur um jetzt wieder abzureißen aber wenigstens machen machen wir mal ein bisschen was so da unten dann nicht mehr so zack hier weiter bauen der war falsch so 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 da und da na hier ja dann noch mal gucken dass ich kann ich die von hier aus nein kann ich nicht abreißen preise schlappe das hier mal ab oder macht das so so dann das hier weg hüpf und da da oben zu oder beziehungsweise weg also aufmachen und so ihr wisst was ich habe was ich meine ja dann sammle ich erstmal den ganzen schrott ein habe ich zumindest wieder was zum bauen ohne neu sammeln zu müssen da 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 Dann hier hoch, so, eine Seite fertig, das Ganze noch auf der anderen, da habe ich jetzt eine irrsinnige Lust zu, aber es muss halt sein, oder naja, es muss wohl nicht sein, aber es sieht halt so, wie es ist, doof aus. Also reißen wir das alles weg, reißen wir das hier alles weg und da drüben sehen wir schon, da ist noch offen, das ist ganz toll, hier reiße ich schon die Fackel weg, ist auch ganz toll. So, das hier weg. Und schon haben wir ein offenes Dach, so kann es auch bleiben. Oder, das da noch, oder kommt das weg oder kommt das nicht weg? Wo habe ich denn hier jetzt das Dach gesetzt? Ne, das habe ich ganz an der Kante gesetzt. Genau. Es wird schon wieder dunkel, sehe ich gerade, also kommt das hier tatsächlich weg. Ähm, zack, da, 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 da. Hast du euch jetzt gewundert, warum ich hier jetzt schon anfange zu bauen? Ich wollte einfach nur nicht, dass das Deck voll ist und die Holzkötze dann irgendwo anders im Inventar landen, sondern lieber unten in der Inventarleiste. Gut, das ist weg. Das ist schön, dass es weg ist. Ähm, gut, ich arbeite aber nicht so gerne nachts. Ich muss mal kurz gucken, habe ich hier die Video, äh, ist auf Moody, gut. Lass ich das jetzt mal offen, aber ich glaube, dann werde ich gleich angegriffen. Nein, keine Gegner, Glück gehabt. Joa, dann machen wir, was ist denn das hier? Warum habe ich denn das da gelassen? Bin ich irgendwie ein bisschen doof? Ein bisschen sehr doof? Ja, es ist ja nichts Neues, dass ich doof bin, aber... Naja. Ist eine andere Geschichte. Ach ne, da kommt ja dann gleich wieder was hin. Das wären hier dann direkt die Treppen. So, zack, 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 zubauen und so. Da muss ich dann auch gleich nochmal Treppen hinsetzen. Äh, du nicht. Warum ist denn da ein Block? Da. So. Und den weg. Na, 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 da, da, ja, so und, nee, der nicht, so und, so und so, dann passt das. So, das Holz, was ich jetzt habe, reicht hier für das, was ich hier machen will, wahrscheinlich noch aus, aber definitiv nicht, oder höchstwahrscheinlich nicht für die Treppen, die ich dann gleich noch setzen muss. Da und hier und da. Ach, ich habe noch 48 Treppen, sehe ich gerade, dann gucke ich mal, wie weit ich damit komme. Zack, 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 da und da. Ja, ein bisschen was kann ich damit schaffen, aber nicht alles. Und dann würde aber wohl auch das Holz noch reichen, was ich im Inventar habe. Und dann geht es gleich nochmal in die Höhle, in die Höhle, auf Diamantensuche. Also, alle Leute, die keine Höhlen mögen, wisst ihr Bescheid, könnt ihr gleich abschalten. Was habe ich denn hier für einen Mist verzapft? Was ist denn das? Habe ich überall einen zu wenig gesetzt. Nee, hier nicht. Hier stimmt's. Da, 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 und das, das. Bin ich jetzt fertig hier. Da, 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 das. Auf der anderen Seite muss ich ja dann auch noch überall, also da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Treppen. Das war's jetzt mit den Treppen. Achso, da muss ich noch zubauen. Ja, dann reicht das Holz auf keinen Fall. Da, 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 und da, 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 da. Und da. Gut, dann nehmen wir unsere tollen Äxte, äh, meine letzte Axt. Ich habe ja gesagt, dass das nicht allzu viel ist, drei steilen Äxte. Aber wisst ihr was, dann ist mir gerade mal, ist hier drin was? Nee. Dann ist mir gerade mal total egal, dass das Dach nur halbfertig ist. Ich werde es hier 14 Kohle mitnehmen. Nehme mal das Gold hier raus. Habe ich da sonst noch was Wichtiges? Nee. Ach, ich habe da noch ein 64-Stack Holz. Ja, was habe ich denn da jetzt? 18 Eisen. Ich hatte doch meine Rüstung irgendwie in der Truhe getan. Das weiß ich. Ich habe die definitiv in der Truhe getan, damit sie hinterher nicht weg ist. Und jetzt ist sie doch weg. Minecraft, du tolles, verbacktes Spiel. Wenn Singleplayer und Multiplayer nicht zusammenpassen wollen. So, da das Gold rein. Da, äh, da das Eisen rein. Warte ich nochmal, bis das fertig ist. Damit ich mir gleich eine Eisenrüstung machen kann. Aber ich werde auch, wie gesagt, mal eine ganz kurze Pause machen. Mir wahrscheinlich ein paar Bratwürste reinziehen. Und bis gleich.